Was? Gibt es einen Hechtank? Das lohnt sich nicht wirklich hier rein zu gehen Oh nein Lydia Komm her Und ja nicht da drauf treten Ich komme hier schnell raus hier Du bist fast tot Ich bin nur kurz Nuki Nuki machen in der Luft Das Tankbuch haben wir nichts gefunden Also raus hier bevor du uns hier noch kapierst Ich war noch nur die Gunst des Jarls Ich muss ihm jetzt sein Sein Buch übergeben Dann haben wir das doch Dann haben wir doch dreien geholfen Steht der noch hier oder? So Aber wir haben halt das Tagebuch Oder nicht Ich bin nicht da drauf Ich bin nicht da drauf Ich bin nicht da drauf Ich bin direkt hinter euch Ich bin direkt hinter euch Ich bin direkt hinter euch Ich bin hier wieder in Ordnung Dann müssen wir da wohl nochmal rein Ich bin direkt in Ordnung Ich bin direkt in Ordnung Aber ich bin direkt in Ordnung Das ist er nicht so Ich bin direkt in Ordnung Ich bin direkt in Ordnung Und was lag dann hier rauf und geht rauf. Du hast kein Tankbuch bei dir. Erstmal ausruhen hier. Dann gehen wir hier nochmal rein. Schädiges Buch. Dann suchen wir mal noch ein bisschen. Einfach hier nicht drauf treten. Lydia! Lydia, geh da weg. Ach, Lydia. Okay, dann müssen wir hier irgendwie durch. Jetzt kriegen wir das Bewerbsstuhlicht. Da haben wir heute nichts dabei. Da haben wir heute nichts dabei. Mhm. Aha, ein Nebel. Hier ist ein weiterer Nebel. Das ist fein, Fahne. Der Weg. Das ist fein, Fahne. Das sehe ich anders. Hier gibt es Raben-Symbole. Schlangen-Symbole. Beinahe. Was ist, wenn wir uns die Elitriche rausgehen? Haben die Pist verkauft. Was ist, wenn wir uns die Elitriche rausgehen? Das hatten wir doch schon fast. Da ist noch eine Rolle des Feldstumms drin. Noch nicht das Buch, was wir suchen. Na, sehr toll. Lydia. Eisenpanzerschuhe. Handschuhe. Ahem. 13 haben die, die haben 17. Okay. Tage können sie aber mal noch nicht finden. Wo soll sich das befinden? Im nächsten Raum. Da können wir aber nicht lang. Hier ist auch keine Tür. Hier. Wir müssen nur durch. Jetzt irgendwie durchschnückeln. Da riech ich mich jetzt so schlecht. Und wie geht es? Die Steine aus dem Weg kommen, weil man nebenbei. Fuß runter. Hier. Okay, das bringt nichts. Warum genau kann ich jetzt nicht rennen? Hm, Krabben. Ich bin jetzt am Schleichen oder was. Ich bin jetzt am Schleichen oder was. Irgendwie müssen wir doch hier durch, oder? Dann können wir einen anderen Wegchen. Dahin führt's. Andere Wege sind hier. Na ja. Irgendwie schleiche ich gerade sehr. Ich bin jetzt am Schleichen. Das ist nicht da. Ich bin jetzt da. Ich scheine noch zu sneaken. Jetzt nicht mehr. Ich spaziere trotzdem noch im Unterweiter. Ich finde das Tal nicht mehr. Stufenaufstieg möglich. Die Nerven tanken, das haben wir mitgenommen. Wir sind nicht zu schwer zum Rennen, was willst du, Spiele? Das ist jetzt hier wirklich verwacht wieder. Aber das Talbuch. Und das Talbuch. Wir haben doch hier was aufgehoben, oder nicht? Wir haben Schlüssel. Wir haben es nicht mehr. Wir haben es nicht mehr. Wir haben es nicht mehr. Habe ich die Sache jetzt oder habe ich sie nicht? Ich bin verwirrt. Sehr verwirrt. Wir haben hier das Grab gesucht. Wir haben ein Ding aufgehoben. Ich kann auch noch zwei mal hin und her lassen und das hilft. Es scheint mir ein Bein gebrochen zu haben oder so. Vielleicht kann man auch schleichen. Was ist denn hier los? Was haben wir denn hier gespeichert? Was haben wir gespeichert? Da sind wir rein. Ich habe mal ein Boot gefunden. Und einen Schlüssel. Oder haben wir es nicht? Algrius-Tagebuch. War das das, was wir gefunden haben? Und da ist noch weitere Durkunde nachsuchen. Finden wir jetzt auch nicht noch mehr. Und Bruni ist Talibuch. Aus irgendeinem Grund sind wir hier auch festgebackt und können nicht rennen. Das kommt mir nur so vor, dass wir so langsam rennen. Das hatten wir doch schon. Was ist hier wieder stehend im Weg? Was ist das? Vielleicht hat einer der Gäste das Tankbuch. Das haben wir es wirklich nicht bekommen. Was? Ich sagte, vielleicht haben wir es nicht bekommen. Vielleicht hatte ich noch einer der Gäste. Wir ändern ja. Gestern die wir hier besiegen, das Tagebuch. Das könnte durchaus sein. Das gilt das für die Imperierungen der Gäste. Wir brauchen die Förderung. Wir müssen keine Bedrohung der Gäste. schwer ziehen kann. Also die Zweien von denen sind echt schon geil. Von denen habe ich glaube ich teilweise mal gekämpft. Bleib liegen. Wir haben bald die 5000 Folgen, die wir für einen Ausbau haben. Das ist gut. Wir sind schon bei 4000. Äh 4000. Jetzt habe ich die Spielsteuerung irgendwie umgelegt und programmiert. Sprinten ist auf Alt. Schleichen ist auf Steuerung. Warum laufen wir auf Schneckentempo? Okay, jetzt durchsuchen wir das Gabi noch ein 23 Mal. Ich muss doch irgendein Hinweis auf den... Irgendwo muss doch das Tagebuch sein. Okay, jetzt nicht. Aha. Hier gibt es ein Rätselchen. Müder. Hier ist das Raben. Hier ist die... Hier ist die Schlange. Hier ist der Wal. Hier ist die Schlange. Okay, tut sich da jetzt irgendwas? Du musst jetzt vielleicht den Nebel tätigen. Okay, aber ich kann jetzt nicht auf Alt, sondern auf... Die andere Taste Sprinten Das soll mir recht sein Aber ist schon ein bisschen seltsam Jetzt kann ich nicht rennen Das müsste ich aber wieder können Okay, ist das hier ein neuer Bereich oder was? Irgendwie müssen wir jetzt reinkommen Ist hier noch jemand Was ist das hier? Aha Kalt hier Oh kacke Das müssen wir jetzt echt besiegen Feuersenz habe ich hier Ich will doch nur ein Tagebuch Nur dieses Tagebuch Okay Kriegsamer ist auch geil Aber wahrscheinlich zu schwer für uns Jetzt einfach mal wieder raus hier Oder nicht? Natürlich nicht Ich speichere das jetzt auch kürzer Und Können wir den dann jetzt besiegen Ich habe eine Idee Okay Jetzt nicht auch noch du Ich würde dich auch noch Seine Fürsten hier oder was Was ist das? Okay Das war plötzlich Ich dachte ich war schon 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 Stufe 10 Hier fand ich ganz zu stottern Ach nochmal von vorne hier Das ist ja nervig Irgendwie ein save point Das ist ja sehr nervig Zum Glück wissen wir jetzt wo das ist Ach Scheiße Ach komm lass mich in Frieden Ach komm das dreckige Ach Ach hier waren wir schon Ich will den hier nochmal guten Tag sagen Der hat noch sein Freund mitgebackt Er hat noch sein Freund mitgebackt Ich glaube der Schlange war richtig Das war richtig Es muss dann aber auch der letzte Gefeind gewesen sein den wir hier für das doof gemacht haben hier muss der rabe hin kurz mal ein bisschen disorientiert ich werde da stehen eine schlange muss hier hin völlig jede wahl jetzt hier ruhig ich werde zu retten hier genau reingerannt wo ich gebst bin Pelzheim, das Mal liegen, Pult und Feine, eine weitere Falle. Hier will ich mal speichern. Das gab ja genau hier. Damit wir mal Versagen dann wieder rein können. Komm, Lydia. Sollte man ein bisschen fliehen. Dann müssen wir einfach alles, was ich haben kann. Na komm. Wie viele Highlights gibt es hier noch? Einige. So. Schöner Safe Point. Wir müssen den komplett ausschalten. So. 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 Was haben wir denn hier für die Quest angenommen?